Dr. Werner, vielen Dank für die interessante Präsentation. Können Sie kurz für uns zusammenfassen, aus welchem Segment sich Metallzug zusammensetzt? Ja, Metallzug hat drei Geschäftsbereiche. Der grösste ist sicher der Geschäftsbereich Haushalt mit Fahrzug, Sibir und Gerig. Dann kommt Infektionskontroll mit der Firma Perimed. Und es kommt der Bereich Weyer Processing mit der Firma Schleuniger. Vielen Dank. Was ist der Schlüssel zum Erfolg des Metallzuges? Der Schlüssel zum Erfolg ist sicher die Kundennähe und unsere grosse Investitionen, die wir in die Innovationskraft Jahr für Jahr dritten und auch weiterhin investieren. Wo sehen Sie die Chancen zur Digitalisierung, die Herausforderungen? Die Digitalisierung betrifft eigentlich alle Bereiche auf verschiedene Art und Weise. Und jeder Bereich hat seine Chancen und auch Risiken, die man aktiv angeht. Natürlich auch von der Metallzug aus, strategisch schlug unter jedem Geschäftsbereich, sich diesen Herausforderungen stellt und auch untereinander ausfuscht und Erfahrungen sammelt. Ich sage mal ein Beispiel zu nennen, ist zum Beispiel der Geschäftsbereich Weyer Processing. Da haben wir auch Software aus DIT in der Schleuniger Gruppe, die bezüglich Digitalisierung vom ganzen Kabelverarbeitungsprozess sehr weit ist. Aber auch andere Bereiche sind betroffen, selbstverständlich auch offensichtlich und viel diskutiert den Haushaltbereich mit der Digitalisierung von Haushaltkräften und dem ganzen Ausland. Wir sehen uns auf der ganzen Tag in der Freude. Wir sehen uns jetzt auf der Welt und zum Beispiel bei der